Moin Moin Leute, merkt euch den heutigen Tag. Heute ab 19 Uhr beginnt endlich unser großer Football Manager Multiplayer mit 36 Mitspielern. 36 Mitspieler. Wir werden die komplette zweite Liga, komplette dritte Liga Deutschlands voll machen. Außer die Reserviermannschaften von Dortmund und Freiburg aus der dritten Liga. Ansonsten haben wir nur echte Trainer und wir werden jeden Sonntag und jeden Montag 19 mit 23 Uhr zocken. Also seid heute dabei, seid die nächsten Tage dabei. Aber besonders heute, lasst uns daraus ein richtig geiles Event machen. Und wenn ihr Interesse habt mitzumachen, meldet euch sehr gerne im Discord. Link unten in der Videobeschreibung. Wir haben eine Warteliste, wenn ihr mal rausfliegt oder rausgeht, eher gesagt keinen Bock drauf habt, was auf jeden Fall passieren wird, dann kommt hier rein. Also wenn ihr Bock habt, ihr müsst nicht immer da sein, wenn ihr so knapp 50% der Zeit schafft mitzumachen, ist alles in Ordnung. Der Multiplayer soll 8-10 Monate laufen, also schon eine langwierige Sache sein. Und ja, heute ab 19 Uhr auf twitch.tv. Auch da habt ihr in der Videobeschreibung den Link. Schaltet ein. Verpasst nicht dieses geile Event. Macht's gut. Bis dann.